so da muss ich erstmal los jetzt zum Lohnunternehmen einmal den Kalkstreuer holen muss ja noch außer dann fangen jetzt dernächst obwohl ich bin schon beim Erlugeln könnte ich das eigentlich auch abgeben ans Lohn Raps muss ich Raps eindrollen ich guck das werde ich an der Lohn abgeben Raps drillen zwei Felder genau Feuer kalten obwohl das eine Feld muss noch gegrübert werden glaube ich da muss ich nochmal gucken da komme ich ja dran vorbie an das eine Feld ach ja hier hinten war ich auch noch oh Gott hier so viel zu tun jetzt da ich ja eine weniger bin oh Gott ja ich weiß zwar noch nicht wie ich das alles wegstellige aber irgendwie kriege ich das ja schon dahinten so jetzt muss ich mal gucken wo war jetzt nochmal die Einfahrt ich war schon ewig nicht mehr hier unten beim Lohnunter war weiter vorne müsste eigentlich so ziemlich bei mir am Feld sein mein Feld war ja hier genau hier so das ne ja da liegt noch Strom sehe ich gerade hier war die Einfahrt vom Lohnunter genau genau supi da liegt noch Stroh da hinten wie gehört denn das eigentlich gefällt mir das Güllefestchen oder Zubringer ist sehr so wo ist er denn da ist er moin na fleißig oder oder tust du nur so ach du der fleiß kommt später ich glaube ich erstmal lange Weile guck erstmal ein bisschen weg alles klar du ich müsste mir mal den Kalksteuer von euch ausleihen mieten ja der müsste dann in der Nadel stehen der ist auch nicht vergeben der ist frei kann so ach so da sehe ich schon ah gut ähm was was nimmst du da so mietemäßig wie lange kennen wir uns jetzt schon oh Gott weißt was 120 Euro die Stunde und dann passt das 120 die Stunde weil du das bist oh der ist ja lieb von dir ja ist so ähm nur wegen Kalksteuer oder nicht nee ich hab da noch ein zwei Sachen ähm pass auf ja ich hab zwei Felder da muss Raps angedrillt werden ja und welche sind das das ist einmal Feld 51 das ist gleich hier vorne bei dir hier wenn du jetzt hier die Straße hochfährst ja genau und Feld 92 Feld 92 das ist ja ich hab da schon gesehen da hinten irgendwo ähm da will ich nämlich jetzt Kalk streuen ja auf den beiden Flächen erstmal oder zuerst ja ich hör dazu und dann muss das noch einmal ich glaub die 92 muss sogar noch ähm gegrubbert werden überhaupt da war noch keine Bogenbearbeitung fertig ja du mal eine andere Frage ich hab da hinten noch mit Stroh liegen das ist so wenn du ja noch Stroh brauchst ja ich auch recht mein 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 meine Strohende war nicht so toll ich hab schon gehört da hättest du ein Kasten Bier mehr gekommen bei verdient ja ja nee da eure Presse ist die große nee die Presse ist nicht zu groß deine Fälle sind zu klein der hatte du da das war sowieso ganz schlecht er hätte da auf dem Feld ja da ist ja nichts runtergekommen da ist kein Dünger gestreut keine keine Gülle gefahren du hast ja auch Gülle fahren das ja du ich weiß nicht was das Schiff gelaufen ist dies ja ja beim nächsten Mal wird es besser ja du hör mal auf mein mein Mitarbeiter ist auch weg wo ist der denn und er hat sich einen eigenen Hof gekauft oha hat er wohl ersteigert oder irgendwie so war das jetzt weiß ich nicht vielleicht so eine Auktion da hier irgendwo hier so naja ist ja nicht so schlimm ne ist ja nicht so schlimm man ist ja nicht im Streit auseinander gegangen oder sonst irgendwas aber ist natürlich für mich jetzt so ein bisschen ne war ja auch ein paar Jährchen bei mir ich musste erstmal heute morgen gucken wie ich wie die wie die wie der Futtermischer nochmal funktioniert war der war der auch noch kaputt gewesen ist der ist der Schieber nicht aufgefahren naja egal ja wie gesagt also 92 51 einmal Raps drillen wie gesagt da würde ich jetzt grubbern Raps drillen gut da würde ich jetzt kalken dann einmal grubbern und drillen das wäre gut wenn ihr das übernehmen würdet ok das Stroh willst du haben sagst du das Stroh würde ich auch nehmen ja äh ja das wäre gar nicht mal so schlecht ja gut dann press ich das auf und wenn wir mit kalken durch bist dann fahre ich zu 92 grubber das um tief oder flach grubbern was willst du ja wir haben hier ich muss mal gucken ich weiß nicht wo hast du denn der Gerät hierhin habe ich gerät 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 tief oder flach Gernsefüße oder Meiselschare also weiß ich will mal was neues ausprobieren mach mal flach flach ja ich wollte mir die Saison mal in Allrounder holen der steht noch am Händler dann kann ich den gleich bei dir mal testen ja ne das ist gut ja können wir ausprobieren können wir machen scheinbar würde ich nicht grubbern gut dann presse ich und dann fange ich an zu grubbern ja bei dir gut machen wir so ähm ja wegen wegen preis dann ja das machen wir dann nachher alles ne genau bei dir ja ne gut alles klar beim Energy ja kein Kaffeein nachher vielleicht auf dem Acker ne gut ich bin dann erst mal ja los ja ne wieso hast du denn rot genommen war die andere Farbe ausverkauft du oder hast du nicht die freiwillige Feuerwehr gemeldet du ich hab eigentlich gedacht rot wegen Ferrari weißt du ach so ja gut ich hab nichts gesagt aber ganz ehrlich hat was ja ne ich war eigentlich zuerst wollte ich den so so einen dunklen blau haben ja und ist ein bisschen was anderes als der Johnny ne oha der sieht gut aus hallo ja hallo der sieht gut aus da muss ich sagen ja ne ist mal ist mal was anderes ne ne ist ja ja ist auch sozusagen ein Flaggschiff gerade bei mir ne mal schauen was so in zwei drei Jahren ist ne da gibt's dir ja was anderes dann wahrscheinlich mal schauen ne gut wie gesagt ich mach mir mal ich helfe dir noch anbauen ich komm ich baue dir noch mit helfe dir noch anbauen dann brauchst du nicht aussteigen jawoll weiter 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 noch ein stück noch ein stück noch ein stück noch ein stück gut einwand frei gut den rest machen wir dann später noch mal ne machen wir bis später jubes später auftrag wunderbar das hat ja schon mal gut geklappt muss ich mal zum händler des vertrauens wegen kalk ich glaube unten im dorf fahrrad gut dann habe ich doch erst mal schon mal geklärt raps drillen bodenbearbeitung machen machen die jungs denn das ist schon mal ganz jub dann fang ich an fang ich an gut müssen ja sowieso noch mal einmal groben ist eigentlich theoretisch in jacke wie hose aber jetzt nämlich erstmal die beiden felder worab sein soll muss ich die anderen felder noch mal angucken mal gut das am hof naja dann gehört gut denn so befällt nach bahn gut ich wusste gar nicht mehr dass das lu hier vorne auch das feld schon hat oder überhaupt hat ja gut zu wissen so wenig verkehr heute hier irgendwie mal gucken so ich glaube wir konnten ich konnte hier irgendwo kalk holen ich war hier unten schon ewig nicht mehr ich glaube da hinten war das fahren wir da nochmal lang ja das sind alles so sachen ich glaube hier ist denn die frage wo das jetzt hier war wo komme ich hier durch oh da bin ich jetzt gerade schon mal falsch gefahren bloß aufpassen hier bloß aufpassen bloß aufpassen bloß aufpassen bloß aufpassen ich mache mir so umständen hier hinten ist auch noch ein fahrt was waren die sachen mit dem kulk hier war es nicht das weiß ich fahr doch einfach hier unter fahr doch einfach hier unter so 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 juli wo wollte ich denn lang überhaupt so jetzt mal gucken ah doch gut hier wäre ich auch lang gekommen wäre ein bisschen eng gewesen aber ok ich war schon ewig nicht mehr hier hinten meine fresse gut wir fangen uns doch ah da da oben an mit kalk weg und den haben die nämlich von da erstmal den kürzeren weg ok gut ich weiß nicht wie lange die für pressen brauchen gut für kalten bäumen auch nicht so ewig hua hua da da gut 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 ist ja schon am kalten ja am kalten ok schon am pressen Nein. gut mal starten besser, das sieht gut aus das sieht gut aus, hier soll er dann auch noch einmal rüber, ich kann ruhig auch noch einmal rüber gut nochmal zusehen, dass ich das Feld hier fertig kriege dass ich schnell auf das andere Feld kann dass die auch schnell hier starten können